Luftperlbad. Luftperlbad ist der Ausdruck für eine Badeanwendung, ein Angebot in der Balneologie, also in der Wasserheilkunde. In früheren Zeiten hatten Kurorte auch immer Luftperlbäder. Heute bezeichnet man typischerweise das als Whirlpool oder auch als Blubberbad. In früheren Zeiten hat man das Luftperlbad allein genommen und Luftperlbad besteht daraus, dass ein Kompressor durch Öffnungen, ein Badewannenrost Luft hindurchpresst. Die Luft steigt als kleine Perlen auf und führt zu einer Mikromassage auf der Haut. Das Luftperlbad führt zu einer nervlichen Entspannung und zu einem Wohlfühlerlebnis. Die klassischen Indikationen für Luftperlbad in Kurorten sind vegetative Dysregulationen, also Stresserkrankungen, Schlaflosigkeit, auch leichte organische Herz- und Gefäßleiden. Das klassische Luftperlbad war etwas sanfter als heute der Whirlpool. Whirlpool geht es auch darum, dass dort größere Mengen von Luft hochgehen und da spielt so ein bisschen etwas Abenteuer, Lust eine gewisse Rolle und man ist mit mehreren typischerweise zusammen in einer schönen Atmosphäre. Das hat auch ein Wohlfühlerlebnis und vielleicht auch eine Gesundheitswirkung. Luftperlbad ist also eine Möglichkeit, wie man sich entspannen kann. Luftperlbad kann man auch in seiner eigenen Badewanne nehmen. Es gibt solche Einlagen, die man in ein Bad reingeben kann, wo dann Luft hochgepresst wird und sanft am Körper entlang nach oben perlt. Ob man wirklich Luftperlbad braucht oder ob das gleiche auch mit der Yoga Tiefenentspannung geht, kann jeder selbst entscheiden. Im Grunde genommen braucht der Mensch Entspannung und manche entspannen sich gut in einem warmen Bad, manchmal mit angenehmen Badezusätzen und am einfachsten ist es, eine Tiefenentspannung zu üben. So kannst du ganz einfach und jederzeit zu einer vollständigen Entspannung kommen.